ja nur ein bisschen wer meinten wo wird es noch nicht sein und ich bin jetzt richtig hart dann ja innen dran bin ich jetzt innen dann los mit einem schwach mit dir los und die bremste ich habe funktioniert noch wann da bin ich ja erstaunt warum ist er in der Probe? Ich dachte, jetzt komm ich in einen Puppe richtig reinficken. Ja, wenn du auffällst. Ja, ich halte die Zeit schon auf. Ja, ich komme. Ja, ich auch. Wir mussten aber noch ein bisschen länger aufhalten. Ja, es ist jetzt zu spät, es ist Puppe voll. Ja, voll. Es ist richtig schön gedreht. Ey, ich hab mir die richtig harte Leichtplanken gemacht. Richtig hart, ja. Ja. Und die kannst du wieder warten. Na, na. Hey, das ist jetzt aber unfair, dass ihr alle gegen mich seid und nicht. Ah, scheiße. Fabi, Fabi ist ja auch schon fast tot. Ja, aber ihr, ihr habt ja auch mich hoffen, ne, nicht gegeneinander. Klar machen wir, dass ich mir wünsche hatten von Fabi. Wir holen das ganze Zeit weg. Wir haben ihr beredet. Ja, ne, weil du jetzt halt weg fährst. Ja, dafür kann ich auch nix. Du kannst nicht dafür, dass du jetzt weg fährst? Ne. Da ist Imi nicht rahmen. Ja, aber Puppe, wir wollen das auch immer zu Ende machen. Ja, ja, ja. Um 21 Uhr. Ja. Das ist 21 Uhr jetzt noch. Genau, Willi. Boah, da wollte Wims meine Motorhaube um die's crashen. Ja, da wollte ich dich mal küssen, ey. Boah, ich auch geil. Schleckt mal. Ja, Puppe ist wirklich ein bisschen da. Ja, komm, ich fahr doch schon vollgas. Ne, dann fahr doch langsam. Naja, ich... Ich... Ich hab bei euch bald eingeholt. Ich bin ja schon wieder da. Ich bin ja schon wieder da. Das hat das Prinzip noch nicht verstanden. Ne, doch, hab ich schon. Ich bin so ein bisschen kechig hier. Du musst netze sein. Ja. Die Taktik funktioniert zwar, aber ein bisschen was machen kann man ja auch schon. Ja. Oh scheiß, jetzt ist meine Motorhaube. Ich kann ja jetzt hier ran, an den... An Fabian. Jetzt gibt es jetzt... Oh, das war böse. Oh, Alter, jetzt geht's los. Oh, jetzt hab ich dich gedreht. Das war nicht gut. Jetzt kommt die Fahrt ja einer mir rennt. Den sucht sich mir nicht an den Schuhen. Oh, jetzt qualm ich auch schon. Ich hab mir doch nicht verloren. Oh, fuck, qualme. Ich hab auch. Scheiße. Ich komm auf, verdammt. Ich hab ein nice Postpult von mir. Ja. Wir kommen hier. Boah, du Lachen, ey. Oh, scheiße. Alle, alle aus der Puppe quaken, glaub ich. Du Lachen, du. Du Lachen, du. Du Lachen, du, du. Ah, du, du. Die Weibnische Gonsenlappe. Wir ganz kurz abbremsen will. Boah, fuck. Alter, jetzt komm ich schon richtig. Alter, ich komm gar nicht mehr ran. Ich komm auch, wie wir. Was steht denn hier? Ja, ein bisschen, ein bisschen warten, weißt du? William, ich will mir Puppe holen. Ist mir doch egal. Ihr seid mir hier ein bisschen gefährlich. Ah, hallo, William. Hallo. Die Scheiße voll vorbei. Ah, nein, mein Auto fährt nicht mehr so schnell. Boah. Oh, nein. Oh, Mann, das war, oh, das war ein Fail. Oh, Mann, ey. Du altes Charme, ey. Ey, der hat mich voll ausgerutscht, ey. Was soll das? Da war der Controller zu rutschig. Hat seinen Flupp gemacht. Oh, William, du siehst dich super aus, ey. Ja, ne? Oh, ich bin hübsch, ne? Oh, fuck you, Jasny. Ah, da hast du Glück gehabt. Oh, 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 oh. Jawoll. Mega, Alter. Alter, Fabi kommt auch nochmal voll rein. Jawoll. Jetzt sind wir bei Kitzern. Merk dir, William ist auch schneller als ich. Nein. Wer ist denn hier vor mich? Ich glaube, Popel ist vor mir. Vor mich, ja. Vor mir. Hier, Popel ist vor mir. Nein. Scheiße, ey. Ich bin knapp hinter Popel. Ah, dann ist Irish vor mir. Knapp, ja. Mach mal. Oh, ich fahr kaum noch, ey. Alter, es wird Tag, Freunde. Jetzt geht's los. Ja, durch die Nacht. Oh, Mann, Alter, du hast mit dem Atem los. Durch die Nacht. Oh, der hat gesessen. Oh, jetzt hab ich euch gleich eingeholt. Auch wenn's meinem Wagen nicht mehr so gut geht, aber egal. Ey, ey, ey. Was kotzt? Was kotzt euch? Also, was ist das, was euch am schnellsten den Tag versauen kann im Alltag? Lo, ich bin ausgestiegen. Ich schramme ein Auto. Lo, ich bin ausgestiegen. Am schnellsten den Tag versauen kann? Ja, ich bin ausgestiegen. Du bist 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 ausgestiegen. Was ne, ich? Boah, mich, mich schramme, ja, also. Alter, die Farbischenquanz ist einfach geil. Ich kann mir auch schon so auf, scheiße. Also, Leute. Dings, ja, Ivan, Ivan hat gerade freigestellt an uns, ja. War sonst am schnellsten den Tag versaut und ich würde sagen, Popels 14. Oh, scheiße. Ich brenne, ich brenne. Film's, ich brenne, guck nach hinten. Echt? Ja, guck mal. Du brennst. Ja, hier brennt. Ja, echt. Mein Reifen, ne? So, wo brennt. Und jetzt der Motor. Und der Motor auch. Geil. Also, also, jetzt brennst du mir. Der nächste weg. Oh, nein. Ja, geil. Ja, geil. Ich bin ja auch schon komplett, ey. Willi, kann ich bei dir einsteigen? Ja, kann ich nicht machen. Ja, warte ich. Ja, es war schön mit dir, aber jetzt ist es vorbei. Ne, war nicht schön. Dann hab ich das weggerannt. Wir fern jetzt alles noch. Eke. Hallo, Iris. Ich komme gar nicht rüber. Okay, Tosny. Oh, scheiße. Ich komme gar nicht rüber. Ich komme gar nicht rüber. Genau. Wer steht denn hier? Das bin ich. Ja. Ne, das fragt, da steht, ey. So, das, das wirklich, das mit 64 Deuten machen, ist ja mega geil. Scheiße, Alter. Kriegst du ja auch nicht, aber es wäre extrem cool, wie hier. Also, Battlefield, weißt du? Die ganze Straße, die ganze Dinge voll hier. Das wäre richtig geil. Dann würde es auch richtig schnell gehen, die ersten zumindest. Ja, das wäre echt geil. Und dann wären überall Wracks auf der Straße, ey. Ja, Mann, und dann müsstest du ausweichen, und dann, boah, und dann kommt da einer, und dann, ah. Man kann natürlich noch erschweren, wenn man Autos auf die Straße braucht. Mit 16, müsste es eigentlich auch ganz cool werden, ey. Müssen wir mal gucken, ob wir nächste, vielleicht mal nächstes mal 16 Leute zusammenkriegen. Boah, ey. Dann machen wir das einfach nochmal. Ja, aber das ist schwer. Ja, aber alle zuerst auf den Popel. Ist aber schwer, 16 Taxen zu bekommen. Ja. Nee, warum? Das geht doch einfach. Jeder, jeder, jeder bestellt sich einfach irgendwo anders eine Taxe. Ja, und das ist es nämlich, wenn wir alle gleichzeitig hier bestellen, dann... Nee, natürlich nicht hier gleich, dann musst du dir halt ein paar Straßenfeuer bestellen. Ah, da hat einer drei Leute im Auto. Ja, ja, Tosny. Ja, fein machst du das. Oh, Mann, ich bin... Jetzt kommt hier keiner mehr, ey. Was soll das? Ja, ich bin gerade mit Tosny on Tour. Ich würde sagen, letztens. Boah, Leute, hab dich gedreht! Hab dich gedreht! Hab dich gedreht! Ich hab' mich überschlagen! Ich hab' zwei Türen verloren! Nein, die Türen! Und die Motorhaube! Das kannst du ja nicht mehr transportieren, wenn ich keine Türen habe. Ich hab' nach alle Türen und meine Motorhaube ab schon noch. Sind alle Türen und meine Motorhaube ab schon noch? Okay, wir haben Popel mich denn bitte zum Überschlagen. Ja, freu' ich mich gerne auch. Aber passt gut. Mit mir ist es, glaube ich, bald vorbei, wenn das so weitergeht. Autohack habe ich drinne. Ich qualme schon übelst. Ich qualme noch nicht, aber meine Reifen sind mega am Arsch. Ich qualme gar nicht mehr. Boah, Alter, Popeli, Alter. Hast aber mehr wehgetan als du mir, ey. Nein! Aber ihm ist es ja egal. Tschüss! Alter, jetzt hält sich der Wichser raus, ey. Ich bin schwerer, aber du musst warten. Okay. Nein! Da hinten rein! Oh Gott! Machen wir mal gewartet. Jetzt kommt Irish von hinten. Ja, ich seh'n schon. Oh Gott! Nicht wegkriegen! Ah, da kommen sie an! Tschüss, Herbie! Pfff! Alter, Torsten! Guck mal, mein Auto qualmt, ne? Ja, meins qualmt mittlerweile. Das finde ich nicht so gut. Das sieht nicht mehr so schön aus. Ne! Guck dir mal, das sieht meins sogar besser aus. Ja. Aber Wims, Wims, Wims Hex sieht auch richtig geil aus. Alter! Iris guckt mal nach rechts, Alter. Ich weiß. Beim Iris Hex sieht ja nochmal gut aus. Ja, okay. Ich hab so gut wie nach Kindern leckerwischt. Warte, 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 ich mach Startausstellung. Geil, ich qualm einfach, ey. Du musst aber gleich überfahren, ne? Ist mir egal. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Du musst schießen, Startschuss. Startschuss. Ah, ist ja gut. Leul, hat er, hat er überlebt? Das hat er überlebt. Das geht ja mal nicht so. Jetzt bin ich zwar ein bisschen weiter hinten, aber ist egal. Das war's mir wert. Ich bin weiter vorne. Jetzt haben wir quasi das gleiche wie vorher. Das hat super viel gebracht. Wollen wir wieder ein Startausstellung machen? Weil ihr unbedingt Farben erfahren musstet. Okay, machen wir eine Startausstellung. Wieder Startausstellung. Warten wir ein bisschen weiter. Weil so, so sind wir ja... Warten nur Farben ist als Warten. Ja, ja. Hier, wo ich bin. Alter, ich qualm wirklich schon mega ohne Spaß. Hier warten. Hier sollte da warten. Hier sollte da warten. Ui. Ach, hier war das schon. Ups. Mein Auto ist kürzer. Ich weiß gar nicht, wo ich bestehen muss. Warte mal, Wilms. Mein Parkplatz. Alter. Warte mal. Alles, alles weil ich jetzt aufhabe. Ich muss einparken. Das ist mein Parkplatz. Alle fertig? Ey, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Nee, noch, nee. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt so mit der Spitze zuerst dran bin, dann müsstest du es total schade machen, oder? Ja? Ja. Oh, der, äh, Kurschlügel. Nee, Spoiler. Können wir jetzt? Werde ich jetzt neben Mission Good is? Können wir ja. So, ja, jetzt jetzt los. Auf die Plätze. Fertig. Los. Du machst mir ein geiler Start. Woah, Alter. Da fiegt sie ja rüber, ey. Oh, das sieht schon nicht aus. Warte, ich komm nicht mehr schnell runter, ey. Nein, geh, ich werde zu tosten. Ist mir auch egal. Was? Was? Nein. Du das nicht. Puppel, Puppel ist hinter mir. Baaam. Waaah. Habe ich sie aber dick auf die Motorhaube gegeben. Ach, Quatsch. Hab gar nichts abgekriegt. Na, hast den Schaden aufgelutscht. Oh Gott. Alter, das war, das war, das war scheiße. Alter, fahrt der Ernst? Mein Reifen ist doch geblockiert. Ja, bei mir aber auch. Ernst? Ja. Es war geil, wenn ihr da durchfahrt. Puppel, ja. Boah, ein Ohr. Nein! Was machen die Bullen hier? Fahre, Held, He, He. Hey. Bisschen Verschwerden hier gehen. Nichts ist scheiße, oder? Weiter, ja. Nein, ihr seid zu spät, Mann. Mein ganzer Rauch ist weg. Ich hab schon immer durchgeschafft. er hat die Schaffensaufgaben fast ein 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 der 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 warte jetzt muss die über die 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 das soll nein die das keine Haftbombe Haftbombe alles gleichzeitig Leute, jetzt ist hier ein Bullenauto Leute, Polizei, was man... Ja, es ist doch voll! Die hat mich gerammt! Ich will es schwer! Verschwertung Wer hat die bestellt? Die hat mich gerammt! Halt mal an! Was war das, wie das ist? Nein, Aua! 15! Achtung davon ist der Fahrbrand das Dreckene! Nein! Jawoll! Mal aus, aus! Mal aus, aus! Ja, Wilms, bitte! Nein, es brennt! Oh Gott! Was, es brennt? Schnell weg, schnell! Bei mir, bei mir, bei mir brennt es gar nicht Torsten, wir haben... Wir sind nur noch zu zweit jetzt, ja? Nein! Wir sind noch drei Noch drei, okay Ja! Aua steht hier! Äh, Fabi! Das war's mit dem Auto! Ne! Also Wilms... Wilms jetzt auch auch? Wilms, war... Wilms, war... Hat der Feit! Ja, aber es war... Ja, ich will wen ich sags... Wilms einsteigen? Ich hab' die Sterne kriegt! Komischerweise gerade! Wass rei! Ne, ne! Ich will keine Sterne haben jetzt! Ne, so! Du, Melbi! mehr zu uns im selben Ferdinand ist es nicht mehr von meinem Neustart machen Warten aufgrund er hat bei er bei Papen ab in der Nähe der Welt er hat die Hälfte ist erlösen wenn er auf die Plätze der war nicht mehr so ein bisschen zu vertreten die Prozesse ist los erhältlich Euro einsteigen also er will ich an ihr die Liedelmein wenn mit das war einfach mal ein das war der Säule und das war heute in den Kopf gefahren die Städte wie ein Baum für die Städte ist er ist ja alles bleibt stehen die Stadte Prozent bei mir ist er hat jetzt auch auf der Runde da wo die Bullen nicht wo sind die Bullen nicht also hier wo ich bin wo sind überhaupt auf der anderen Seite hier war ein Umstand stopp 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 wir kommen jetzt ist es hier in so einem in so ein Fahrradfahrer wir haben einen mein Wagen ist gerade ich kann ich kann ich kann nicht mehr anhalten mein Wagen war gerade kurz aus ich kann nicht mehr anhalten wir haben wir das haben wir das mache ich nicht ne bobe du hast uns auch an das ist das spielrege Tossen ja ihr seid doch scheiße Alter dein Auto qualmt oder nicht? ja gut ich fahr rückwärts ran ey wende doch einfach ich kann da nicht vorwärts hinfahren dann riebe ich da vorne ein ist Puppet übelts ein dann kommen wir bitte mehr jetzt nicht mehr und cool kohle kräftig ist ein bisschen nach wie die Brüte begibt sich er hat sie in der Zeit ich wollte ich bin es worden fertig ich dachte ich kann es ist nicht ab weil es heißt dass das angebildet jetzt alle auf mich oder was wir natürlich muss da Alter! Nein! Nein! Könnt ihr doch nicht machen! Jetzt gehts ja um die ersten drei Plätze! Ich bin das Kameraquad Das Kameraquad? Also alle auf das Quad fahren Fuck you Hey! Ich bin das Kameraquad! Du darfst die Kamera nicht umfahren Scheiße, tut mir leid, tut mir leid Meine ganzen Bilder sind jetzt weg Musst du neu aufnehmen Musst du von vorne anfangen mit dem Aufnehmen Na 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 Ja, das hättest du dir gedacht Ja, das war ein bisschen verkackt Alter, du rauchst schon Wollen wir jetzt mal langsam hier Ja Ich würde mal sagen Obwohl, bei mir dauert es nicht lange Ich habe es schon zu untersetzen Gleiches aus Ja Ja, das sieht nicht mehr gut aus Ja, ich muss noch ein bisschen Am Anfang nie gequächt Ihr fahrt nur noch alleine voneinander Wir müssen noch ein bisschen noch Action machen Na, wir sind wirklich naheinander ran Aber ich komme nicht, ich komme nicht ran Die ersten Fall einfach so schnell, das ist einfach kacke Mach mal ein bisschen langsamer Da bin ich erst mal einer Ja, natürlich Läuf Alter, nein Alter, nein Das ist der Magen überhaupt noch fährt, ey Nein, nein, nicht rum Nein Da bin ich erst mal gedreht Die Straße auch nicht Nicht so weit vor Alter Ja, jetzt ist mein Mann Das war ein Wettchen Das war ein Wettchen Das war ein Wettchen Ja, das war ein Wettchen Bei mir ist das schon lange so Boah, zünder sind, sei ja, jawoll Ja, du musst mal reparieren Fabi, ey Ja, ja Der hat sogar noch überlebt Ja, eine Sprechmache Ey, Wilms Ich schiebe mich an, ich schiebe mich an, ich schiebe mich an, ich schiebe mich an, dass ich ausnützt das war es in der Welt wir sind schuld ich will dich nicht schuldig mit dem sich und ich will ich will dich mit dem er will sich das nur reingepackt was ich bin aber ich bin ein paar mal so reingesprungen das war ich nicht schade er hat das raus und damit die letzten beiden bitte der Fluss an sie die alte ich hätte fast können auf der Zeit ziel gerade bitte die auf der sie auf auf den Publikum mit auf die eine seite eine auf der genannten genau wo wir kommen mit ich stehe dahinter ich bin voll runtergefallen ich werde da stehen wo du bei dem stimmst ich stelle mich so ungefähr in die mitte ich will es ja ein bisschen sehen aber so sehen hier so probieren kann es nicht stehen mann ist so safe fahren wir jetzt aufeinander ja wie geil frontal rex von aufeinander ich stehe noch nicht ganz in der Mitte ist er ok warte so ein bisschen haben ich schieße wieder ab in der nach oben das ist er mehr schießt auf den Weg nach unten okay Leute macht euch bereit für das okay auf die Plätze der Pantons fertig er der Popoli ich würde auch auf 8 Uhr und ich glaube ich die zwei links er steht noch oh oh so jetzt wieder beide zurück und noch und noch und jetzt beide zurück reichne Popel hat gewonnen! Irish, kann er! Popel hat gewonnen! Nein, 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 noch kann er es probieren! Nein, nein, lass mal! Vielleicht schafft er schon! Probier doch! Ich... Ich probier's für dich, Irish! Warte, ich tritt dich an! Ja, mach mal, tritt mich an! Warte, warte, warte! Ich glaube nicht, dass das geht! Geht's an? Ja, warte, warte, warte! Das ist, das funktioniert, das funktioniert, Freunde! Es funktioniert! Achtung, jetzt geht's los! Ja, aber es war geil! Damit ich schon gleiche lachen! Dann wieder gleiche lachen! Popeli, ich wünsch dir, äh, ne, ich wünsch dir alles Gute! Ich wünsch dir, ja, ja, ja! Herzlichst du, nächste Mal, tschüss! Also der Sieger! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal, hau rein! Tschüss! Tschüss!